Hallo Leute, willkommen zurück zum Clankrieg. Ihr seht schon, der rote Kreis kreist um Hey oder Hi. Und ich würde sagen, wir gucken nochmal drauf. Boah, naja egal, da müssen wir ran. Angriff. Los geht's. Die Frage ist nur, von wo wir angreifen. Ich würde sagen, von hier unten in der Hoffnung, dass genug Einheiten, 2, 3, 4, 5, äh Einheiten sag ich schon, genug Gebäude zerstört werden. So, jetzt geht's los. Und schauen wir mal, was passiert. Also, ein Stern ist unser Ziel. Nur nochmal zur Erinnerung. Oh nein. Autsch. Oh Gott. Jetzt hab ich fast die Queen vergessen. Schafft dies? Nein. Das war mal knapp. Das war mal knapp. Wir müssen aber so langsam auch reagieren. Oh, jetzt ist die Queen gestorben. Toll und unsere Heiler werden gegrillt. Optimal. Jetzt kommt der Päcker. Wir zünden. Zünden. So. Ne Das wird leider nichts mehr Schade 40% Ach, die Queen hätte nicht sterben dürfen Das habe ich leider nicht Richtig hinbekommen Hm Also 50% Hätten es auf jeden Fall sein können Denke ich mal Naja Dann hoffen wir mal auf den nächsten Angriff Dass der besser wird Okay, Leute Ich mache schon mal Die Einheiten fertig So Acht Okay, so ist es halbwegs Wow Mehr LX haben wir aber auch nicht Sehe ich gerade Hoffentlich lohnt sich das wenigstens gleich Okay Bis zum nächsten Angriff Macht's gut Ciao So 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 Ce Vielen Dank.